Wenn wir jetzt im Athletikbereich sind und die Frage haben, womit arbeitet man, also welche Hilfsmittel? Eigenes Körpergewicht, Zusatzhilfsmittel, Teraband, Handhüllen, Kettelbells und so weiter. Gibt es da irgendwelche Präferenzen von deiner Seite? Das Athletiktraining in der Halle soll von den Bewegungen her möglichst sportartspezifisch sein, muss jetzt ja nicht immer so sein und beinhaltet dann halt alles, was man so an Material zur Verfügung hat. Medizinbälle hat man meistens, Pezzi-Bälle treibt man irgendwo auf, Terabänder kann man kaufen, Minibänder kann man kaufen, bestellen. Das sind so die Hauptmaterialien, die ich verwende. Koordinationsleiter habe ich oft dabei, einen Sling-Trainer habe ich meistens dabei, ein paar Matten habe ich. Und alles andere an Zusatzmaterial verursacht dann etwas mehr Kosten. Da muss man schon genau überlegen, was man kauft und was man verwenden kann. Dem sind aber keine Grenzen gesetzt. Es wird immer irgendwas modern sein, dann gibt es das irgendwo zu kaufen und dann wird jeder Trainer plötzlich eher in dem Bereich ausgerüstet sein. Aber keine Ahnung, so eine 50er Packung Minibänder im Internet bestellt, das sind dann 25 Euro. Das kann sich normal ein Verein schon irgendwann einmal im Jahr leisten. Gibt es Dinge, wo man vorsichtig sein sollte? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich habe da plötzlich Gewichte, wo muss ich aufpassen? Ja, also prinzipiell hängt es natürlich von Alter und Entwicklungsstand der Sportler ab und auch von Trainingsalter, also wie lange die schon Sport und welche Art von Sport betreiben. Ich würde immer vorsichtig sein, wenn ich Zusatzlasten verwende generell und ich würde halt aufpassen, wie viel an Zusatzlast. Also eine 10-15% Zusatzlast zum eigenen Körpergewicht ist nicht so viel. Aber wenn jetzt der eine Sportler den anderen am Rücken nimmt und die machen Kniebeugen an der Sprossenwand, dann habe ich einmal locker das, also doppelte Körpergewicht, mit dem ich das mache, das ist schon eine sehr große Zusatzlast. Das eigene Körpergewicht ist ja auch schon da bei Kniebeugen. Genau, das eigene, plus das, genau. Und da bin ich halt eher so, dass ich sage, war lieber etwas zu vorsichtig sein, ja, und halt darauf achten, dass die Sportler alle unterschiedlich sind. Weil so ein kleines Mädchen, das vielleicht 45 Kilo hat, kann nicht dasselbe machen, wie der 90 Kilo schwere Junge, der im Prinzip ein halbes Jahr älter ist, aber einfach schon erwachsener ist und ein bisschen bulliger ist oder schwerer ist. Weil wenn man denen beide 20 Kilo raufpackt, ist es bei ihr schon einmal 50 Prozent dazu und bei ihm ist es deutlich weniger und wahrscheinlich trotzdem noch zu viel. Deswegen lieber vorsichtig sein. Das heißt aber, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwas mit Handschuhen machen wollte, dann komme ich eigentlich gar nicht drum herum, dass ich verschiedene Handschuhen in verschiedenen Gewichtsstufen haben muss. Wenn ich verschiedene Sportler habe, die unterschiedlich viel wiegen, unterschiedlich viel Vorerfahrung haben. Ja, also man kann natürlich auch noch über Wiederholungszahl regulieren und man kann natürlich schauen, wer technisch wie gut ist. Weil ein technisch guter Sportler, der kann halt die Gewichte dann schon ein bisschen höher schrauben, wenn er die Übungen schon beherrscht, als jemand, der es noch überhaupt nicht beherrscht. Aber generell eine Wasserflasche, die 1,5 Kilo hat, ist schon das erste Zusatzgewicht und das ist kein großes Gewicht. Und mit Schulterübungen kann man damit schon ein bisschen was machen. Ein Theraband, das ich am Boden spanne und mir um die Hüfte tue, kann ich für Beckenlift verwenden und dann habe ich schon eine Zusatzlast. Das ist schon ausreichend. Ich brauche nicht viele Gewichte. Und wenn ich zur Verfügung habe, ein paar Kurzhandeln oder Kettlebells, die irgendwie von 4, 6, 8, 10 Kilo gestaffelt sind, dann kann ich damit schon eine relativ große Gruppe an Sportlern versorgen. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 19, 24, 16, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 21. Untertitelung des ZDF, 2020